Verlust Bälte öffnen Bruder, wünsch mir mal Glück, vielleicht krieg ich ja was krasses Yo, ey, ohne Scheiß, wenn du ne Messer kriegst, dann hab ich wieder so fucken für dich Ja, Alter, Messer, oder? Haha Okay, let's go Komm, Gabe NEE Hier, was kannst du dir verkaufen? Oh, 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 oh Warte Oh, Witze, Witze Ey, ich, Witze Haha, ich kann's dir nicht verkommen Ja, Handelbahn nach 14. Dezember Weil hier steht ab 131,87 Euro Wo den willst du? Oben rechts Ratschaus 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 Du hast sowas gemacht. Oh, noch nicht. Cliffs? Ja. Ich gönne dir das auch, dass du zumindest so eine Kiste gedroppt bekommst. Ja, ich mach dich auch safe auf. Was? Das lohnt sich halt auch einfach. Es würde sich theoretisch lohnen, wenn ich jetzt morgen nicht arbeiten müsste. Aber wenn ich die Nacht durch so zocken würde ich immer ein paar Kisten zu fahren. Und dann richtig Geld zu machen einfach. Ja. Er würde sich jetzt auch hohen, davon was aufzunehmen. So, jetzt kannst du auch. Ja, aber halt, ne? Ich mein, noch länger so... Vielleicht ne Waffenfühl. Ne, ein Zeuston. Ja, Munition und Waffenkiste gefunden. Ich kann, warte, ihr öfter. Zeuston, Geld. Geld, 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 Geld. Wann bist du denn? Eine Glocke. Glocke, hallo. Ja, wenn man so besser essen gehen, Junge, dann gibt's den Uso auch nicht. Ehren, Mann. Nein, jetzt würde das ruhig gehen. Ehren, Junge. Hier ist so ein grünes Ding, ist das so ein bunten Ding. Ist auf dem Reißhaus drauf. Weiß, wenn grünes Ding ist. Ja, hier plant ich was. Your Army Explosives are uns safe. Ja, genau, da ist, äh, Geld. Das dauert um die 10 Sekunden, aber ich mach das mal. Geld. Ich hab das gemacht. Ja, das ist halt eine gute Bombe, ne? Ich verschwinde ja auch schon. Ich hab nichts zum Schießen gerade, ne? Ähm, wenn du zu mir kommst, könnte ich eine Glocke abtreten. Ja, das soll halt. Ja, ich lass das Ding erst mal hochgehen. Bis wohin sterb ich denn? Äh, das ist halt wie eine Bombe, ne? Das kann nicht stark sein. Ja, ich geh gerade über die Brücke. Drei Schaden. So, und jetzt da oben was, äh, dann aufgegangen, oder? Äh, ja, das ist safe, den du da geknackt hast. Das ist aufgegangen und nicht immer gelb. Aber es ist runtergefallen. Überall, glaub ich. Unten liegen Parasuit. Ich hab die Forum auch immer, wenn man die brauchen sollte. Es ist safe runtergefallen, alles, oder? Ich krieg ganz viel Geld. Egal, mach. Nur mit. Den Parasuit kann ich nicht mehr, ne? Kann sein. Bei mir explodiert jetzt auch ne Bombe, also komm nicht zu mir. Oh Gott, ich muss weg. Ich hab 2150 jetzt. Oh Gott, ich muss weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, Schadung, komm. Ich komm mit den Diegel. Ich weiß auch, warum. Einfach bei Ihnen eins. Du kannst. Ja, bei Ihnen kann und bei Ihnen eins geht. Ich muss bis hin. Ich muss bis hin. 2200. Ne. 2200. 5.7. Und ne Autoschotty. Ich will mir gar nicht mehr Geld. Ich muss bis hin. Ich muss bis hin. 2200. Ich muss bis hin. 2200. 2500. 2200. 2200. 2200. 2200. 2200. Hinten wir die jetzt noch selber an. Was wäre wenn du die gibst? Schon hibisch. Die bin ich schon ganz ok. Ja die ist eigentlich nicht so schlecht. Die mag ist schlecht. Schon wesentlich hibisch. Boah, ich werde sch- Also dafür, dass die abgenutzt ist. Ich habe noch nie... Doch, einmal habe ich einen C-Score gelackt. Oh, Leute, 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 Leute! Ich habe... Boah! Rönd ihr Bruder! Ahaha, so! Ich klicke den Halt weg, oder? Alter! Was ging ab, Alter? Einmal einen Redskin auch mal gezogen. Ja, ich habe einmal die Bison... Ihr Judgment auf Anubis übersehen. Ja, same. Ehrlich? In welcher Condition? Ich habe die in den Weg gezogen. Ja, die Wahl leider nichts wert. 10 Euro, da sind wir die wert. Ich habe auch mal einen links gezogen. Wie heißt das? Lass mich runtergehen. Ähm... Wo hast du denn einen Check-9? Einen Check-9. Was hat die 11? 11 zu 13, Schlussjahr. Dann kannst du den Rennstuhl für 250. Hammer. Äh... Ich glaube, hier ist jemand. Wer ist das? Ich habe das gehört. Ich habe das gehört. Ja, ja. Ich habe das gehört. Ich habe das gehört. Ja, das ist also das Rote. Ich habe halt wirklich nicht viele Kisten aufgemacht. Boah, das ist schon echt gut. Ich habe immer frei. Warum? Was ist das sonst? Weiß ich nicht. Dann sind wir jetzt hier oben. Ja, hier ist jemand. Ja, hier ist jemand. Ich habe jetzt hier oben. Held dich, oder? Das ist ja noch nichts. Halb mich jetzt! Jetzt sind vielleicht die Flautsch, aber so sind sie manchmal. Die wird ja gar nicht. Supply Drop Incoming Ich hübe die Leiche auf zu normalerweise Hier sind auf jeden Fall Self-Fächer Ja, hab ich hier auch Auch in diesem Quadrant 55 bist du 90 Falken gerade Das bleibt sehr langsam Ich gehe links rum Ja, folgt Rudi 4 Enemies remaining Aus Unten Hier ist Nicht Sam Links Zwei mal links 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 Hab ich Oh In der Zone Rechts hinterm Haus Ja, in die Richtung guckst du auch Zone kommt aber Zwei gegen Zwei gegen Zwei gegen Verschlippen mit dem Gelben Safe 4 Tausend hast du das, Alter Ja, mit dem Geld Der Safe wird aufwerten Bisschen zu teuer eigentlich Oh jo Jetzt kannst du es machen, das kannst du ja echt machen. Guck mal was passiert bitte. Wir werden es mal wissen. Kannst du uns hier den Safe-Sport wieder nehmen? Ich bin safe. Und rechts. Ich hab jetzt einfach vier Sachen gekauft. Ist der denn jetzt aufgewertet? Weiß nicht. Es hat 4.25 Euro gekostet. Ich seh die Safe-Zone. Ach du Scheiße. Ich seh das auch. Jetzt hast du aufgestanden. Viel Spaß beim Rennen. Lauf. Ja, ich will euch noch meine Sachen holen. Wir fliegen ja mit dir. Machst du cool. Ja, Alter. Wir fliegen ja beide. Ja, Alter. Finde nix. Kann man ja auch nicht riechen. Das ist die Ehe. Ich hab auch was gekauft bekommen. Ja, jetzt. So, ich pack auf. Moment, ich hab was bekommen. Ehrlich? Die Apple 5. Der hat den neuen Apple 5 gekauft. Ja, der kriegst von dem 1.30. Ich verkaufe. Ich geh...